Hallihallöchen und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Xenoblade Chronicles 3. Ja, wir sind in der Ribby-Ebene, sind auf, äh, Waldi, glaube ich, heißt er. Waldi? Heißt er Waldi? Waldi klingt komisch. Wir sind auf jeden Fall auf so jemanden getroffen, der sich eventuell Waldi schimpft. Und, ähm, ja, sind unser Tank jetzt los, deswegen muss ich eigentlich gleich nochmal umstellen auf einen weiteren Tank. Weil derzeit haben wir jetzt, glaube ich, nämlich nur noch einen Tank. So, bitte, ich hab mir mal einen geflötet. Das wäre eigentlich nochmal eine gute Idee mit den, mit den, ne, wir haben, Waldi? Wirklich Waldi? Die heißt doch nicht, Waldi. Nee, wo ist der Name? Waldi, okay, der heißt Waldi. Alles klar, hat sich ja die Idee, der heißt Waldi. Ich will auch Waldi heißen. Okay, er ist ein Heiler. Ich werde jetzt... Gucken, was ich hier überhaupt gerade tue. Die will überhaupt gar keine Ahnung haben. So, jetzt aber. Wir haben schon die Beschützerwache, ne? Oder sollst du... Ja, du warst ja schon immer Verteidigerin. Ne, du warst immer... Du warst immer Verteidigerin. Du bist auch jetzt wieder Verteidiger, komm. Du bist jetzt Schild- und Schwertverteidiger. Warum nicht? Du bist jetzt Schild- und Schwertverteidiger. Gut. Wir haben zwei Damage-Dealer. Gut, ich könnte natürlich jetzt einen von denen da auch noch Damage machen. Oder ich lasse einfach, dass er Heiler sind. Passt schon. Alles gut. Heiler und Buffer und Buffler und... So. Okay, wir müssen Teile wieder zusammensuchen, damit er seinen Mechon hier hochschicken kann. Oder irgendwie sowas in der Art war das. Aber wir gucken natürlich, wo wir hier überhaupt irgendetwas finden. Und wie es überhaupt ist mit Valdi, der ja... Eigentlich... Wow, hat jemand immer gesagt, dass du dich ein bisschen ausdrücklich bist? Hm, ich weiß nicht. Wenn du so sagst. Ja, er ist der Ort. Äh, ich wollte jetzt irgendetwas ganz Wichtiges und ganz unsagbar Intelligentes sagen, aber ich hab's vergessen. Ja, wenn der sich auskennt. Ich will nur das da haben. Okay, ich hab keine Chance, das zu kriegen. Ich hab keine Chance, das zu kriegen. Ich hab keine Chance, das zu kriegen. Valdi, okay. Ich verstehe. So, das ist wie meine Leibnissen haben sich gehalten. Sorry zu rushen, aber wir haben nicht mehr Zeit, um zu stehen. Huh? Was ist passiert? Na, wir sind Outlaws, also... Sie haben uns alle als Ziel. Was? Du musst tun, was du musst tun. Was? Wir haben uns jetzt überrascht. Hat er nicht mit gerechnet? Oder war... Äh, äh, irgendwie... Kein... Weiß ich nicht. Ich kann noch nicht so einschätzen, was hier überhaupt abgeht. Der ist sowieso jetzt schon tot. Ich bin die Mädchen mit den Gästen. Ich wollte aber eigentlich das Ding da vorne haben. War es jetzt das, was wir haben sollten? Ja. Er war auch sehr schockiert darüber, dass der andere die anderen angegriffen hat, oder? Ich hab das Gefühl, dass er sehr... Sehr auf nicht Krieg aus ist, der, 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 der Valdi. Es wirkt so, als ob er nicht so der... Der kriegsgeile Typ ist, wie... Naja, andere. Deswegen weiß ich auch nicht, was der Konsult dazu sagt, dass er überhaupt, ne? Beziehungsweise, was seine Kolonie und... Das, ne? Weißt du, was ich meine? Was ist mit dem Blitzdings Zebra? Ich mag die Musik, ne? Terrassteppe. Ich weiß, was er ist. Ich habe ein paar Gästen in der Gäste geöffnet. Was ist dieses Ort? Es ist nur wo ich ein paar von den Gästen habe. Ich kann es nicht alles auf der Kolonie. Du kennst es wie es ist. Ich verstehe. Also, du hast die Sachen, wie du siehst, notwendig. Ja, die Verbraucher von dem Kastel einfach nicht werden. Wir haben viele Mechanikler sehr bestimmte, und viele Reaktionen von Piloten. Wir haben sogar eine Kommission zu reparieren, die Leibnissen von anderen Kolonienern. Sieht so sehr viel Effort für nicht viel Rewards. Das ist nicht wahr. Wir haben ein Blast mit ihm. Unsere Knappen sind alle sehr gewählte, und unser Lieferant hat eine gute Hände auf seinen Schultern. Also... Er... Remind mir. Was war es, was wir versuchen, wieder zu machen? Pfeierungen. Oh, ja, genau. Das ist es halt. Er wirkt so... anders. Aber gut, man muss ja nicht immer als Krieg sein, ne? Ich will hier trotzdem noch einmal ganz kurz durchlugen, eigentlich. Vor allem möchte ich mir da vorne vielleicht noch mal ein Flöten. Wenn wir die Augen offen haben nach legendären Gegnern. Wir können es nicht einfach sein lassen. Ich will hier noch mal ein Flöten, ne? Wird ja wund, wenn ich hier so viel flöten muss. Ach komm, die Witze werden nicht besser. Schämt euch doch jetzt mal. Gibt's aber nur ein paar Glitzerwölfe, ne? Ich weiß, wir gehen in die völlig falsche Richtung, aber ist egal. Wir müssen uns auch ein ganz kleines bisschen mal umgucken. Ab und zu wenigstens. Das ist etwas decentes, oder? Wir können es nicht nur einfach sein lassen. Ja, weil wir jetzt nicht mehr zu ziehen... Da ist noch... Ja, wir lernen garantiert noch Klettern da. Sonst wäre dieses ganze Efeu-Dimsel nicht da. Es ist gut, dass wir ein wesentlich höheres Level haben, als die, die hier rumliegen. So brauchen wir keine Zufallskämpfe die ganze Zeit machen. Das ist jetzt angenehm. Da kommst du viel schöner durch. Trutan Haupttor. Wie schwer ist das? Ja, da unten ist doch garantiert legendär. Ja, sag ich doch. Den machen wir fertig. Wir können einfach nur durchlaufen. Okay, das ist... Oh, den Eta-Kanal nehme ich noch mit. Du kannst niemals mit Samitha verändern. Oh, das ist ein Rear-Word. Das wird ein Herausforderer. Nicht zuerst den Fokus. All set und bereit zu spüren. Trüben, das ist ein Rear-Word. Ich habe etwas für dich. 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 Keine Ahnung was sie da, ich glaube aufstehen oder so. Aber uns geht so gut. Hier hinten werden auch angegriffen, aber macht er glaube ich nicht. Laser. Die sind alle in eurer Form jetzt oder was? Ich bin der einzige der hier rumdudelt oder was? Wir machen jetzt einfach unsere Spezialangriffskette. Ich habe eine Idee. Heilt 35% KP Mitstreiter und gewährt ihnen Regeneration. Bewehrt allen Angreifern Angriffs ab. So, ganz ehrlich, wir fangen eigentlich mit Mia an. So, wir gehen jetzt auf 99% und wenn es jetzt gut läuft, wenn wir Glück haben. Kriegen wir schön viele Punkte. Aber wir kommen leider nicht auf 150, schade. Ab 150 sind wohl, dass wir zwei Charaktere wiederholen. Aber diesmal hatten wir wohl kein Glück. Das war es so gut. Wasp Wettbewerb. diesmal war von euch nicht ganz so gut hier fühlen ja 152 sehr gut sehr gut zwei stück kriegen wir wieder leider kein heiler zwischen oder keiner von unseren guten es wird ganz hart dass er da überhaupt stirbt ja wenigstens ist er vernichtet glück gehabt so wirklich so wirklich mördergut war es nicht wirklich mördergut war das nicht naja egal er ist tot knuppern münzen schade naja ich übe ja noch so jetzt gucke ich aber dass ich mich hier raus teleportiert tatsächlich und wir ein bisschen dahin gehen wo wir hin wollen und müssen er dropp er dropp Ja, das sieht gut aus. Aber Mann, ich habe... Sie sehen all diese Leveness-Wreckage? Das ist wie ein Kampf immer fühlt sich nachher. Nur das. Ja, ziemlich tragisch. Das macht mich einfach mal wiederholen. Schau mal hier, du. Schau mal hier, du. Ja, ich glaube, nachdem das Wreck-Leveness-Wreckage gemacht hat, hat mich zu denken über die Dinge gemacht. Ein bisschen Elbow-Greis, und ich konnte sie nur zurück auf ihre Fee. Meine Freundinnen hier nicht wollen, dass ich sie nicht aufzunehmen würde. Du bist sehr süß. Keine Ahnung, es ist nur, dass, als Mechaniker, du kannst nicht beginnen zu werden, nur weil etwas ist broken. Nicht alle Kriege sind auf der Bühne, richtig? Das Gäupte. Valde hat es selbst gebaut? Das? Mein Masterpon hat mir das gemacht, um zu erinnern, um zu erinnern, um zu erinnern, um zu erinnern, um zu erinnern. Du willst noch mehr sehen? Nein. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Komm schon, nicht schade, jetzt. Riku ist nicht schade. Keine Ahnung, was ich von all this ist, dass du wirklich magst diesen Masterpon von deinem Masterpon, oder? Ja. Er war wirklich schwer auf mich, manchmal. Aber er war zehnmal die Mechaniker, wie ich immer sein kann. Kompare mit Masterpon und Riku, wer ist die größte? Hm. Nö, muss er aber auch nicht. Ich hole mir den Supply Drop. Ich vermute, der ist... Ne, der ist doch hier oben. Der ist doch hier oben. Meins! Ich brauche eine Hand hier. Ich bin auf. Gut, ob das jetzt so Bombe war. Jetzt haben wir da hingestellt. Aber nicht schon mal hier? Ne, wir müssen hier noch nicht gewesen sein. Dann mach jetzt den Legendären da fertig. Ach, legendäre Rammeln ist, äh, Töten. Nein, nicht Waffe weg. Wo mehr? Der hat halt nur Spaß an seinem Leben hier. Lass uns das zerstören. Erautre los diablos ist, äh, Töten. Das war's für heute. Ich glaube, der ist schneller tot, als was er gucken kann. Aber gut, der ist auch nur Level 19. Der ist jetzt nicht so hardcore gewesen. Aber wir kriegen ein paar Münzen dazu. Und das ist eigentlich so in etwa das Wichtigste. Das wollte ich gar nicht. Karte wollte ich. Den teleportieren wir uns nämlich da wieder hin. Und dann gucken wir jetzt mal, wie wir da hochkommen. Okay. Gut. Das muss uns machen. Could be risky to work on it here. How about that place we were at earlier? Thanks, guys. Looks like all the parts are accounted for. This is enough to build Leveness. What wrong, Valdi? Spirits seem middling to low. Ich habe gedacht, dass mit Elevnis, ich kann mich schützen, meine Freunde, dass niemand sich verletzt wird. Aber nur die Böden und die Böden nicht mehr wird, dass die Leben wieder rösen wird. Meine Freunde machen nur so wie sie sind. Sie gehen, sie kämpfen und sie verletzten Menschen. Und ich bin die Verantwortung. Wenn du jemanden schütztest, schützt mich. Valdi macht einen perfekt normalen Job der Mechanik. Ansonsten von Orden ist nicht deine Falt. Aber... Das geht nicht richtig mit dir, hat es? Also machen etwas Neues. Warum musst du immer alles machen für die Kampf? Warum nicht versuchen eine andere TAC? Eine andere TAC? Wie ein Levennis, aber nicht für die Kampf? Obviamente, ich weiß nicht das nitty-gritty, aber ich bin sicher, dass es nicht völlig aus der TAC, richtig? Das ist nicht die Zeit, um zu verletzten, richtig? Ja! Lance, du kannst nicht mehr richtig sein. Ich darf nicht durch die Wimse von anderen machen, wenn ich meine süße kleine Mecha mache. Danke, Lance. Und alle von euch. Ich werde wieder in einem Jiffy. Ich werde wieder in einem Jiffy. Wow, so schnell, huh? Es sieht ein bisschen auf der kleinen Seite, nicht? Ist das wie du es möchtest? Ja, er würde nicht lange dauern in einer realen Kampf, aber er kann einfachen Wettbewerb machen. Jetzt, seine einzige Direktivität ist, um mich zu beachten. Aber das ist alles gut. Er ist ein guter Mann. Okay, dann. Ich glaube, unser Job ist fertig. Ja, keine Angst. Ich kann nach Hause zurückkommen, einfach gut, auf mein eigenes Leben. Oh, verdammt Blast. Und ich kam all diese Richtung. Ein Konsul! Ich bin froh, dass du dein Begründer oder ein Boros verabschiedet ist. Ah, nicht Angst. Ich habe keinen Interesse in die Pfeilung. Ich bin einfach interessiert, warum unser lieber Valdi nicht zurückgekehrt hat. Du hast uns gegründet, dass du das ultimale Leben wirst, nicht wahr? Wie lange hast du uns warten? Ah, du Aglian-Docs! Wie will ich dich überraschern, unter meine Brüste! Soll das... Actually, ich habe entschieden, dass... Wie viele Mal muss ich sagen? Games sind für gewinnen! Das ist das Wichtigste. Wenn wir die Initiative verlieren würden, wir wären diejenigen, die hinter ihren Brüste sind. Ja, aber... Valdi, mein Junge... Wer war es, der sagte, dass er gut wäre? Nein! So lange, dass er weggekehrt mit Leibnissen ist! Weil ich sicherlich erinnere mich diese Worte! Wenn du Zeit hast, um die Lippe zu machen, du hast Zeit, um die Hand zu arbeiten! Wenn du in deinem Worte verlierst, wenn du in deinem Worte verlierst, ich werde nicht behaupten, was passiert mit deinen Freunden in der Köln. Mach dich! Mach dich! Das mehr, was aus deinem Brüste kommt, das mehr, ich will mich schlafen! Entstanden. Ich gehe zurück. Valdi! Keine Worte. Keine Worte. Ich habe meine Worte gemacht. Ich habe meine Worte gemacht. Ultimate Leibniss, sagte er. Ich bin ein bisschen Angst, Val. Es ist nicht vermutlich, dass wir gut sein können. In der Grund, wir wollen, es zu verhindern, es zu werden, in der Krieg. Oh, ja. Es ist auch das. Aber ich war mehr Angst, wie Valdi fühlt. Er sagte, dass er seine Worte gemacht hat. Er sagt, er hat seine Worte gemacht. Das war nicht nur ein, was ich versteckt. Er hat mir funktioniert, Er hat ihn verloren. Er heißt, er hat ihn verloren. Huh?! Es geht aus seinem eigenen Leben. Er steckt, anabled Val. Er hat seine Richter für die Systeme Er... Oh, ja, wir folgen.